Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Ich fühle mich ein bisschen... betäubt. Sie haben jemanden, mit dem Sie reden können? Freunde? Komm doch ins Büro auf einen schnellen Drink. Hör auf! Wieso? Es tut doch niemandem weh. Was ist mit deiner Frau? Guten Morgen allerseits. Steven übernimmt die Stelle von Trevor. Hallo. Dieser Ort ist für Menschen, die dem Alltag entfliehen wollen. Menschen, die sonst nirgendwo hingehören. Hier war es mal wunderschön. Ist es noch? Wo kommst du her? Passiert das oft? Oh ja. Es ist überall, oder? Niemand gibt dir das Leben, das du willst. Du hast ein Problem, weißt du das? Du musst raus und es dir holen. eigentlich immer wieder sein, oder? Du musst raus! Du musst raus! Du musst raus! Ja, alles in die Zeit! Dieses flimmernde Licht ist ein Ort der Hoffnung.